Haltet Abstand, halber Tachoabstand, das sind bei 200 x 100 Meter. Wir fahren ungefähr so 10 Kilometer auf der Autobahn und dann nehmen wir den nächsten Parkplatz und gehen dann raus, um nochmal Fahrer- und Beifahrerwechsel zu machen und dann geht es zurück zum Autohaus. Jetzt fahr' alle, bis wir so alle zusammen sind. Dann fahr' nach Hause, gut, wir wissen doch, was lang geht. Jetzt fahr' alle weg. Ja, ist egal. Nach der Bremse ist hin. 2,50 Meter. Woher macht der nicht mal nichts? Oh, 2,60 Meter? Ja. Ja.